Was kann man spielen beim Antesten von Gitarren im Musikgeschäft? Darum soll es heute gehen. Ich gebe dir sieben konkrete Tipps und zeige dir auch, was ich spielen würde beim Antesten einer E-Gitarre und beim Antesten einer akustischen Gitarre. Alle Beispiele, die ich dir dabei zeige, kannst du dir auch ausdrucken zum Nachspielen in Noten und Tabs. Es lohnt sich also, bleib dran. Hallo, hier ist Christian mit einem neuen Video. Heute geht es um eine Frage, die mir oft gestellt wurde. Was spielt man eigentlich, wenn man im Musikgeschäft eine Gitarre ausprobieren will? Viele haben da Probleme oder eine Blockade, trauen sich nicht, frei drauf loszuspielen oder wissen einfach nicht, was könnte man spielen, was ist das Passende. Als ich anfing, Gitarre zu spielen, gab es in den Musikgeschäften immer die Liste der verbotenen Songs. Also, ein bisschen scherzhaft gemeint sicherlich, aber Songs, die den ganzen Tag dort gespielt werden, die man besser nicht spielen sollte. Und das hat mich damals umso mehr blockiert. Ich wusste umso weniger, was kann ich denn jetzt spielen, wenn Intercent Man und Stay Way to Heaven und Sweet Home and Obama verboten sind. Und dabei geht es doch eigentlich nur darum, eine interessante Gitarre mal anzutesten, die man gerade zufällig in den Händen hält. Erster Tipp, mach dir klar, worum es eigentlich geht. Nicht du wirst getestet, nicht du hast eine Prüfung zu bestehen, sondern umgekehrt. Das Instrument soll sich bei dir bewähren und wird einer Prüfung unterzogen. Du testest, ob die Gitarre in deinen Händen dich anspricht und deinen Bedürfnissen genügt. Ist eigentlich ganz klar, aber das vergessen viele. Es geht nicht darum, dass du zeigen sollst, was du kannst. Nein, die Gitarre soll zeigen, wie gut sie dir helfen kann, wie gut sie dich unterstützen kann. Und somit könnte man sogar so weit gehen zu sagen, der Musikladen muss sich bei dir beweisen mit seinem Sortiment. Nicht umgekehrt. Zweiter Tipp, spiele etwas, was dir vertraut ist und was du zu Hause alleine auch spielen würdest. Stell dir vor, es wäre bereits deine Gitarre, die du in den Händen hältst und du würdest jetzt zu Hause, völlig unbeobachtet, einfach mal drauf losspielen. Und wenn das für dich zum Beispiel zwei Stunden A-Moll und D-Dur im Wechsel ist, einfache Akkorde, dann ist das völlig in Ordnung. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich würde sogar dir raten, nichts zu kompliziertes zu spielen, wofür du deine ganze Aufmerksamkeit bräuchtest. Denn deine Aufmerksamkeit, die soll ja eigentlich der Gitarre gelten in deinen Händen. Du sollst ja kritisch testen, ob das ein Instrument ist, das für dich in Frage kommt. Und wenn das, was du spielst, deine ganze Aufmerksamkeit fordert, wie willst du dann noch einen Blick dafür haben, ob die Gitarre überhaupt für dich in Frage kommt. Und wenn du jetzt im Normalfall klassische Gitarre zu Hause alleine spielst, dann machst du genau das auch im Musikgeschäft mit der zu testenden Gitarre. Komm nicht auf die Idee, irgendwas anderes jetzt machen zu müssen, was von dir erwartet wird. Oder wenn du sonst immer in einer Band spielst oder zu deinen Backingtracks, dann spielst du deine Bandparts auch jetzt im Musikgeschäft. Das ist so ein Denkfehler, den wir Bandgitarristen oft machen, dass wir denken, es genügt nicht, unseren Gitarrenpart aus einem Song mit der Band zu spielen, weil wir denken, da fehlt ja dann die Hälfte, da fehlt ja Schlagzeug und Bass und Keyboards und vielleicht die zweite Gitarre. Aber ganz egal, du willst doch wissen, ob es in der Band später funktionieren wird, bei dem, was du da spielst. Also musst du genau diese Gitarrenparts auch spielen beim Antesten. Also es bringt dir nichts, jetzt beim Antesten vielleicht ein Solostück zu spielen, wenn du sonst eigentlich nie Solostücke spielst. Stehe selbstbewusst zu dem, was du kannst und was du machst. Und wenn das ein Gitarrenpart ist, der in einer Band funktioniert, dann kannst du den guten Gewissens auch alleine spielen. Dritter Tipp, der hängt damit zusammen. Ich nenne es scherzhaft den geheimen Trick. Alles, was du mit Rhythmus spielst, was vom Timing her solide ist, wird überzeugend klingeln. Ist natürlich überhaupt nicht geheim, sondern das sagen alle Gitarrenlehrer. Es kommt nur meistens nicht an. Wenn du das Gefühl hast, dein Band-Gitarrenpart klingt nicht gut, alleine gespielt, dann liegt es meistens am Timing, dass du gewohnt bist, dich auf die Bandkollegen zu verlassen, auf den Schlagzeuger. Wenn du aber regelmäßig deine Gitarrenparts auch alleine übst und in der Lage bist, sie alleine zum Metronom zu spielen, dann klingen die in aller Regel auch gut. Alles, wo der Zuhörer einen Rhythmus wahrnimmt, der stabil gespielt wird, all das klingt solide und überzeugend. Also alles, was du alleine zu Hause sicher spielen kannst, kannst du auch spielen beim Antesten einer Gitarre. Vierter Tipp. Lass dich nicht ablenken und blenden von überladenen oder für dich fremdartigen Sounds. Das betrifft vor allem die E-Gitarristen. Wähle dir, wenn du kannst, einen Verstärker im Laden, der deinem Verstärker zu Hause möglichst nahe kommt oder den du gut kennst. Dazu eine kleine Anekdote aus meiner Geschichte. Ich bin als Jugendlicher aus meiner damaligen Heimatstadt Worms über drei Stunden nach Ratingen gefahren zum Geschäft Professional Equipment. Wenn du den Laden noch kennst, den gibt es mittlerweile nicht mehr, schreib mal einen Kommentar. Professional Equipment in Ratingen hatte damals in vielen Gitarrenzeitschriften inseriert und immer wieder mal besonders günstige Angebote für Gitarren. Und ich wollte damals unbedingt eine bestimmte E-Gitarre haben, die nur in diesem Laden zum Sonderpreis zu haben war. Also bin ich so weit drei Stunden mit dem Zug nach Ratingen gefahren, um diese Gitarre anzutesten. Was hat man mir zum Antesten präsentiert? Keinen Gitarrenverstärker, sondern ein volles 19 Zoll Rack mit Vor- und Endstufe und Effektgeräten. Also ich glaube, alles, was in dem Laden vorgeführt werden sollte, an 19 Zoll Geräten, war aktiviert. Und es war ein unheimlich verwaschener, effektüberladener Sound, mit dem ich die Gitarre antesten sollte. Ich habe mich aber nicht getraut, zu bitten, ob ich einfach über einen normalen Verstärker spielen darf. Ich habe das genommen, was man mir gegeben hat, und konnte die Gitarre überhaupt nicht einschätzen, ob sie mir wirklich gefällt, klanglich. Ich habe sie dann trotzdem gekauft, und sie hat sich auch in gewisser Weise für mich bewährt. Aber mach du es besser, lass dir immer einen Verstärker geben, mit dem du das einschätzen kannst, wie diese Gitarre klingt, also möglichst was, was so ähnlich ist, wie das, was du zu Hause verwendest zum Drüberspielen. Und beim Modeling-Verstärkern und Multi-Effektgeräten muss man oftmals auch erst mal selbst aktiv sich vernünftige Sounds einstellen, den Effektanteil zurücknehmen, dass man es überhaupt beurteilen kann. Also niemals blenden lassen von sehr spektakulären Effektsounds, die du dann am Ende aber nie verwenden wirst, weil sie einfach nicht bandtauglich sind. Versuche, eine Gitarre immer mit möglichst ungeschminkten Grundsounds anzutesten. Fünfter Tipp ist jetzt rein praktisch mal, was spiele ich denn auf einer akustischen Gitarre beim Antesten? Ich mag gerne einfache Akkorde, die sehr viele Leerseiten enthalten beim Antesten von akustischen Gitarren. Dann hat man oftmals diese schwebenden Tondopplungen. Einfache Griffe mit zwei oder drei gegriffenen Seiten, verschoben kombiniert mit Leerseiten, spiele ich immer wieder gerne. Ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht. Eines davon habe ich dir hier nochmal verlinkt. Und ich spiele gerne mit einem weichen Plektrum, Strumming nennt man die Spielweise, weniger Fingerpicking. Warum? Weil ich einfach meistens in dieser Art spiele auf einer Western-Gitarre. Also muss ich es auch so machen im Musikgeschäft. Es bringt ja nichts, wenn ich Fingerpicking-mäßig jetzt alles ausprobiere im Laden, spiele zu Hause aber seltener Fingerpicking. Also mach dir bewusst, was du überhaupt spielst, welche Spielweise. Und das solltest du auch testen. Deine eigene Plektrum bringst du natürlich ohnehin mit, weil das auch einen Riesenunterschied macht. Also hier ein kleines Beispiel, was ich spielen würde. Du kannst übrigens alle Praxisbeispiele, die ich heute zeige, dir auch als Noten und Tabs herunterladen. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt. Den Link dazu findest du hier im Video und auch unter dem Video in der Beschreibung. Sechster Tipp. Ich gebe dir ein paar Anregungen, was ich konkret auf einer E-Gitarre spiele, die ich im Laden anteste. Wenn ich eine Gitarre in der Hand habe mit Steghambucker, ist meine erste Assoziation, ein AC-DC-mäßiges Riff zu spielen. Leicht angezerrt. Und genau das würde ich dann eben auch spielen. Dadurch, dass ich über die Jahre schon viele AC-DC-Songs und andere Classic-Rock-Songs gespielt habe, habe ich ein gewisses Repertoire an diesen Power Chords und leichten Erweiterungen. Und dann kann man relativ spontan diese auch neu kombinieren, ohne dass man jetzt wirklich ein bestimmtes AC-DC-Riff nachspielt. Also es ist einfach frei kombiniert, diese AC-DC-typischen Power Chords. Wenn ich die Zwischenposition zwischen Stegtonabnehmer und Halstonabnehmer antesten soll, oder manchmal gibt es ja auch mehrere Zwischenpositionen, ist immer das Erste, was mir einfällt. Funk-Gitarre. Lockere, leichte Funk-Rhythmus-Gitarre. Übrigens, wenn du mehr zu diesem Thema von mir lernen möchtest, zum Thema Funk-Gitarre, habe ich auch vor Jahren mal ein Video gemacht, fünf Tipps oder fünf Ideen zur funkigen Rhythmus-Gitarre, das ich dir hier nochmal verlinken werde. Wenn ich eine Gitarre in der Hand habe mit einem Hals-Hambucker, ist das Erste, was mir einfällt. Jazz-Gitarre. Das hat sich auch geändert. Früher wäre das Erste gewesen. High-Gain-Rock-Solo. Aber heute ist das Erste, was ich anteste. Wie klingt der Hals-Hambucker in einem Jazz-Kontext? Wenn du mehr von mir über Jazz-Akkorde lernen möchtest, gibt es auch dazu einen Videokurs, Jazz-Akkorde für Gitarre. Alles unter dem Video in der Beschreibung. Okay, und wenn die Gitarre am Hals einen Single-Coil hat, ist meine erste Idee Jimi Hendrix. Das ist mein Prototyp, der Sound, der mir einfällt, zum Hals-Single-Coil. Und dann spiele ich gerne was mit dem 7x9-Akkord, den wir alle auch als Hendrix-Akkord kennen, und ein bisschen Pentatonik. Eine Mischung daraus. Wenn du mehr in Richtung Jimi Hendrix-Riffs basteln lernen möchtest, genau zu dem Thema habe ich auch schon mal vor wenigen Monaten ein Video gemacht. Auch dieses Video werde ich dir hier nochmal verlinken, dass du nachvollziehen kannst, was ich in dem Fall mache und wie ich dabei rangehe. Siebter Tipp wären noch zusammengefasst ein paar Dinge, auf die ich achte bei einer Gitarre. Also vor allem geht es mir um die Spielfreude. Das beinhaltet alles, wie sich eine Gitarre anfühlt, Sound und so weiter. Ich muss das gar nicht komplett analysieren. Wenn die Gitarre mir richtig Spaß macht, dann ist das der Beweis, dass das alles stimmt. Aber um es konkreter zu machen, ich würde auf die Dynamik achten. Also wie reagiert die Gitarre auf verschiedene Anschlagswerken? Das wäre mir immer wichtig. Dann achte ich auf die Bespielbarkeit. Ist die Gitarre auf dem ganzen Griffbrett, also egal in welcher Lage, gleichmäßig gut bespielbar? Fühlt sich gut an? Klingen die Töne auch tatsächlich alle? Oder wird das in einer höheren Lage irgendwie merkwürdiger? Zu hohe Seitenlage? Oder klingen die Töne so abgestorben? Dann schaue ich mir an, wie hochwertig wirkt die Verarbeitung, die Hardware, die Regler der Gitarre, wie leichtgängig sind die? Lässt sich die Gitarre leicht stimmen? Und hält sie auch die Stimmung? Das sind alles so Feinheiten, die sich zusammen addieren zu einem guten Gefühl bei einer Gitarre. Vielleicht kann man es vergleichen mit dem Fahrradkauf. Da hast du auch bestimmt ein paar Daten und Fakten, auf die du achten wirst. Aber am Ende machst du eine Probefahrt mit dem Fahrrad. Und wenn sich das richtig toll anfühlt, so war es bei meinem letzten Fahrradkauf, so ein Gefühl, wow, wie ist das schön, mit diesem Fahrrad zu fahren. Viel besser als mit dem letzten. Dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist und musst das gar nicht zu sehr analysieren, was dir dieses Fahrrad alles zu bieten hat oder die Gitarre. Also ich hoffe, dass ich dir ein bisschen helfen konnte, ein paar Denkanregungen vielleicht auch geben konnte zum Antesten einer neuen Gitarre oder natürlich auch eines Verstärkers oder was du auch immer ausprobierst. Es geht nicht darum, jemanden zu beeindrucken. Du sollst dir ein klares Bild machen von dem, was du zu kaufen gedenkst. Und alles andere ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über den Daumen nach oben und über das Kanalabo freue ich mich auch, wenn du Lust hast auf regelmäßige Videos von mir. Danke dafür. Schreib mir gerne auch mal unten einen Kommentar, was du dir wünschen würdest als Videothema, was ich in nächster Zeit mal machen soll. Das war es von mir für heute. Bis zum nächsten Mal.